So, wir sehen uns als Gäste, warum funktioniert nun das nicht. Ach. Hey, hallo. Und damit herzlich willkommen in dieser verkackten Intro-Szene zur Let's Play Agar.io. Ich will, lass uns mal fressen. Ich möchte nochmal ein Merkelchen haben. Oh, Putin ist da. Aha, Merkel. Ich nehme Merkel. Nö, geht englisch. Aber wenn ich, wenn ich, wenn ich Putin nehme, Putinchen... Halt. Warte. Ja, willst du mich fressen? Bitte. Wenn ich aber jetzt Putin nehme, dann... Ja, dann geht er. Da ist er auch gleich. Hallo, Putin. Putinchen. So, Putin in einer europäischen, europäischen Server. Passt auf jeden Fall. Naja, sollte eigentlich hinkommen, ne? Wobei es Russland, für Russland eigenen Server gibt. Ach ja. So, willkommen zum achten Tag der, ähm, der Agar.io-Reihe. Ich habe gemerkt, ähm, der Monat, äh, Januar hat 31 Tage. Und ich habe mir tatsächlich am Anfang vorgenommen, 31 Tage lang, äh, Agar.io-Let's Play-Folgen rauszubringen. Nur 31 Folgen, dann danach, äh, nie wieder. Äh, nee, das wird wahrscheinlich nicht so ganz passieren. Ich werde wahrscheinlich 20 oder 30 Folgen machen. Mal gucken, wie es drauf ankommt. Ich werde mich aber jetzt nicht genau dran halten. Sag mal. Boah, das war es dir echt wert. Wir nennen uns mal, finde ich gut. Also, ich finde es immer sehr gut. Oh, jetzt atme ich ins Mikrofon rein. Das soll eigentlich nicht passieren. Alter, Pepe. Hau ab. Oh, Rumänien. Rumänien hat uns doch schon mal irgendwann mal gefressen. Kann das sein? Irgendwann mal war das so. Rumänien hat uns gefressen halt. Oh. Was? Hä? 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 Ich kann jetzt den Namen nicht nennen. Ja. Steht da. Das ist unser Platz 1er. Das ist unser größter Planet hier. Der größte Konzern. Was wie Audi oder Mercedes. Je nachdem, wie man es sieht. Äh. Phil Collins. Kenne ich den. Den Namen. Oh. Oh. Boutinchen ist auch da. Da hat sich jemand wo gerade gesplittet. Auf jeden Fall. Wäre das schon mal zum Anbeißen. Aber. Ja. Guck mal. Auf Platz 10 ist Putin. Putinchen. Wir müssen tatsächlich mal wieder ins Liederwort. Wir müssen unbedingt wieder ins Liederwort kommen. Das geht so nicht. Also. Wir müssen unbedingt. 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 Hier. Lauerpunkt. Du Point. Komm mal her. Lauerpunkt. Und da kommst du jetzt. Die Niederlande sind da auch. Hier unser kleiner Creeper. Jetzt wird der Witz schneller so. Oh. Score von 98. Und jetzt haben wir einen Score von 100. Super. Mit einem Score von 110 komme ich auf jeden Fall klar. Revanche. Ja da oben ist die Revanche. Der jage ich schon mal hinterher. Guck mal du. Nee DZ war das. Den hätte ich fast fressen können. Na. Kommt ihr jetzt mal da unter. Ja. Möchtet ihr euch fressen. Oh. Der wird wieder größer. Fantastisch. So 100. Ein Score von 130. Den können wir uns hoffentlich mal erlauben. Oh. Mars. 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 Macht mobil. Oh. Und nochmal. 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 Komm her. Komm. Oh. Ein Donut zum Anbeißen. Habe ich euch nicht vorhin gesehen? Ein Donut zum Anbeißen bitte. Was? Der hat es geschafft. Der konnte mich fressen. Ich habe gedacht. Na gut. Ich würde ihn anwundern. Stil ist zeitlos. Kein. Versand kostenfrei. Lieferung. Ja. Wir liefern euch die Videos ins Haus. Genau. Zumal mit Glasfaser. Wie nennen wir uns? Wie nennen wir uns? Wie habe ich das vorhin geschafft? Engel. Ich kann doch. Angela Merkel. Angela Merkel. Warum funktioniert das nicht mehr? Ist sie nicht mehr erwünscht? Oder schreibe ich da wieder irgendwas falsch? Oh. Ey komm. Das war es ja eigentlich nicht wert. Ein Score von 10. Vielleicht 15. Das hat denen jetzt nicht sehr viel weiter geholfen. Ich möchte mal wieder auf Platz 1. Ich möchte sehr gerne wieder auf Platz 1. Aber irgendwie schaffe ich es nicht. So. Zack, zack, zack. Wen haben wir da? Hongkong. Hongkong. Auf Platz 4. Na gut. Warum nicht? Rumänien. Nein. Also. Tut mir leid. Verstehen muss ich es nicht. Teams. Ach geil. Leaderboard. Blau. Hä? Was soll ich das anzeigen? Blau. Rot. Grün. Grün wächst. Wir lassen unseren Standardnamen lieber mal drin. Damit fühle ich mich wieder zu Hause. Oder wie zu Hause? Huch. Oh. Oh. Was ist denn hier los? Das Leaderboard hat eine schöne Anzeige. Aber wahrscheinlich sind das die Viecher, die im Leaderboard drin sind. Blau ist am größten. Blau ist auf Platz 1. Interessant. Es gibt auch ein Dark Theme. Das wollte ich auch noch anspielen. Habe es aber bis jetzt nicht mehr so ganz geschafft. Oh. Nein. Nein, 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 nein. Boah, da spüre ich einen Spaß. Albanien. Och, komm. Ey, ganz ehrlich. Was haben wir für eine tolle Runde? Was haben wir für eine tolle Runde erreicht? Ich glaube, heute ist nicht so mein Glückstag. Wir machen es noch einmal. Ach, komm. Jetzt ist gut. Jetzt ist gut. Wir gehen für die nächste Folge nach China. So. Und, ähm, chinesische Zeichen können wir jetzt nicht machen. Warte mal. Ähm, Punkt, Komma, Sprich. Fertiges Mundgesicht. Keine Ahnung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Bis dahin. Ciao. Ciao.